Wir lieben die Herausforderung. Das Üben von kreativen Maltechniken spornt uns an, fordert uns. Noch richtiges Malerhandwerk geben. Dies will gelernt sein, braucht Geschick, viel Übung und macht auch ein wenig Stolz. Denn seien wir doch mal ehrlich, weiße Wände streichen kann doch jeder. Wir können mehr. Schweizer Söhne. Wir leben unser Malerhandwerk.